Heißt einmal Weltkarte und dann hier runter. Äh, warte. Genau, wir können von da aus gehen. Das ist ja... War das hinten bei dem Turm von dem einen Professor? Genau, hier waren wir ja vorher schon mal, wo ich da... Ich spür mich eher gern gerade. Es ist trotzdem noch so weit. Okay. Ich hab gedacht, das wär dichter dran noch. Na, okay. Also, das ist nochmal ne Höhle. Okay, welche Sachen in der Nähe? Sieht interessant aus. Das ist ne Kiste mit nem Wald. Ach nee, so ein Gegnerlager, okay. Ach nee, ihr seid auch nur so ne komischen Eulenviecher, oder? Können Sie bitte landen, danke. Äh, wo bist du jetzt hin? Das glaubt Professor Hauin nie. Genau, genau. Die brauchen wir, um die... Das ist Arresto, Momentum. Das ist Arresto, Momentum. Die erste Stufe haben wir ja mit einem Tierhaut. Und die brauchen wir für die zweite Stufe zum Upgraden. Okay. Wie? Ich kann da nicht mit nem Besen... Was ist denn das? Verschwörung. Ich kann mit dem Besen nicht über den Berg. Das ist ja... Ich nehme an, dazu braucht man dann das... Mount. Rebellion. 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 Okay, ich gehe zum nächsten. Hallo, wie schön Sie zusehen. Rebellion. So, da hinten gibt's noch Tiere, da oben sind auch noch irgendwelche Vogelviecher. Bitte nicht wegfliegen. Nee, seid das, was wir schon haben, ne? Ja. Ja. Euch haben wir schon. Euch wollen wir gar nicht. Ihr könnt wieder... Landen. Rebellion. Ich muss immer gucken, dass ich... ein Stück außerhalb der grauen Linie lang fliege. Okay. Nehmen wir hier runter. hp... Arresto un muento! Oh! Sch Scotten! Gasp! Schatz! Gasp! Ist das nicht das aus den 5 Fantastische Tierwesen Das Viech, was ständig wegläuft Aus seiner Tasche raus Und dann irgendwas klaut Da sind die, ne? Ganz ruhig Ich tue dir nicht Rivalium Die haben halt hier wirklich alles zusammen geklaut Gibt's ja gar nicht Okay, wie weit ist noch? 400 Warte, ich möchte hier noch ran Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird Ja Rebellion Oh, die gute Kissen Komm, gun Yes So, ob hier alles voll steht mit Kisten. Okay, holen wir uns den Teleportpunkt. Let's go. Ja, guck mal, wie viel ich gesoffen habe über Nacht im Ohr. Schöne Aussicht. Ich passe auf. Feldcroft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood. Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auro und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab. Ich hörte, wie ein Kobold Zauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien. Und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einem neuen Freund aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Hier lang. War das nicht so, wenn man einen Zauberstab zerbricht, dann hören auch Flüche aufzuwürgen, die mit dem Zauberstab gemacht wurden? Oder so? Oder war das ein anderes Spiel? Bleiben alle außer Sichtweite. Reveglio. Wir sind da. Meine Schwester sollte drin sein. Die erschreck ich. Sebestchen! Wo bist du? Ist das... das, was ich denke? Das hatten wir doch schon. Schrumpelfeigen heben Flüche nicht auf! Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel! Wann akzeptierst du das? Nein! Ich akzeptiere das nicht! Schau, was du gemacht hast! Anne! Tut mir leid... Geh! Tut mir leid, das war unschön. Wenn's dir nichts ausmacht, ich brauch einen Moment. Armer Sebastian. Nicht der erhoffte Besuch. Der Junge raubt mir den letzten Nerv. Die Dura haubst mir jetzt schon den letzten Nerv. Gottfinko! Verzeihung, Mr. Sello. Oh, er, Sebastians Freund. Ich entschuldige mich für meine Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Er glaubt, er kann Anne helfen. Aber man kann nichts für sie tun. Vielleicht haben sie das Heilmittel nur noch nicht entdeckt. Ah, sie klingen wie Sebastian. Denken, sie wissen es besser als die Heiler im St. Mungo? Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Also, wir verprügeln die Kobolde. Sie stehen, Sie meinen, Sir. Gut, ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder. Besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte. Nicht, was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Denken Sie an meine Worte. Nee. Tut mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben. Oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens schön, dich kennenzulernen. Du musst der neue Fünfklässer sein, von dem Sebastian erzählt hat. Das bin ich. Ich lernte Sebastian bei einem Duell in Verteidigung gegen die dunklen Künste kennen. Ach ja, Professor Hackett. Eine mächtige Hexe. Sie weiß, wie sie Schüler wie meinen Bruder und mich im Zaum halten kann. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel mal Auror war, sich aber weigert, gegen Renrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Ich fürchte, das liegt ganz bei Sebastian. Und er scheint sich entschieden zu haben. Ich kann nur hoffen, dass er seine vergebliche Suche nach einem Heilmittel bald aufgibt. Ich bin müde. Ich sollte mich wohl ausruhen. Danke für den Besuch. Ich wünsche dir alles Gute. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Junge, wie ist der Plan? Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester. Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer. Als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters. Wie eine Beleidigung. Ich versuche ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Anne's Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Oh. Red Rocks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute... Machen wir die Pflanzen battle ready. Der Schutt, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraben. Rebellion. Da oben, auf dem Plateau, haben sie Anne verflucht. Hier entlang. Kurz Abstand nehmen und dann anfangen zu sprinten. Dann sprintet ihr auch los. Red Rock weiß, was er tut. Es ist eine Ehre, mitzuwerden. Nur ein roter Zauberer. Protego, Infringo. Infendo. Infendo. Platio. Totfest. Mediose. Du weißt, er ist es nicht. Ah. Ah. Discendo. Confringo. Incendio. Das ist blöder. Ah. He he. Ich werde nicht ruhen. Confringo. Incendio. Oh, ich. Discendo. Platio. Kannst du wieder zurück haben, Bruder. Da bist du ja, nebiosoi. Das war's für heute. du wirst mich nicht aufhalten die ganze für deinen job ich gebe zu etwas mehr als ich erwartet hatte ich wollte nix nur die müll powertränkewerke schenkt nice okay abgefrühstückt diese anhänger haben das verdient da stimme ich zu hier ist es passiert mitten in der nacht rochen wie rauch als wir nach draußen schauten schossen flammen aus diesem anwesen bevor mein onkel und ich etwas tun konnten rannte er zum feuer besorgt jemand könnte verletzt sein sie sah sich einer horde von kobolden gegenüber die verzweifelt versuchten die flammen zu löschen plötzlich ertönte eine eisige stimme aus dem rauch kinder sollte man sehen und nicht hören dann eine blendende explosion sie gaben ihr nicht mal die chance zu fliehen eine ziemlich gewalttätige reaktion auf ein kind das zufällig da war was wollten sie bloß verbergen genau mein gedanke vielleicht irre ich mich aber ich denke hier könnte etwas sein das mich zu demjenigen führt der an verflucht hat womöglich erfahre ich so welche magie ihr geschadet hat und kann ein heilmittel finden vielleicht hast du recht die anhänger sind überall aber sie scheinen hier viel zeit zu verbringen und bestimmt haben sie etwas zu verbergen und in schloss rookwood sollen wir uns mal umsehen die lager nicht ohne grund hier aufgeschlagen zu haben sie haben stationen für alles wer hat hier gewohnt es ist verlassen seit ich hier wohne vor jahrhunderten ja ein rox anhänger immer bewaffnet und kampfbereit ich hörte dass überall solche ausgrabungsstätten der kobolder auftauchen ein wunder dass das ministerium nicht mehr tut ein genauerer blick auf das haus selbst könnte sich lohnen aha jetzt auf einmal revelio der beste hier drüben glaubst du das wurde damals als er verflucht wurde im feuer beschädigt konflikt aber für mich sieht es nach vorsatz aus hier sind nur noch die beiden sachen der brunnen kommt mir bekannt vor das habe ich schon mal gesehen das haus den brunnen den ausblick was meinst du wann gib mir einen moment ich erkläre es gleich oh lol das ist das dorf was sie gerettet haben vor der dürre das ist das 鄭 war ein so das ist ja Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morganock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch? Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ganz schön viel, hm? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein, keine Quidditch-Hüter. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Renrock und Rookroot sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Du kannst Spuren alter Magie sehen und denkst, dass Renrock sie sich zu Nutzen machen will. Und jetzt siehst du Erinnerungen von Hütern? Oh, und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor Hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Der Punkt ist, wir haben beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst nach Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Sieh dir das an. Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Ah ja? Wolltest du mich verarschen? Es ist ja nicht so, als ob ich das schon gegengeschossen habe. Rebellion. Warum eine Treppe blockieren? Vielleicht gibt es hier drin etwas Interessantes. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her. Ein Tagebuch-Eintrag von Isadora. Ich sollte ihn aufbewahren. Diese Tagebuch-Einträge stammen offenbar von Isadoras Reisen. Rebellion. Incentral. Okay, wir brauchen Stühle verschwinden lassen und Licht. So, wie es aussieht. Mach dann da. Die Wolke war das, ne? Moment, es geht. Ich hab gelernt, dass man Stühle verschwinden lassen kann. Lumos. Ne, macht er nicht. Okay, dann... Die gehen auch nicht an. Äw. Äw. Es geht da weiter. Aha. Steinmauer sehen, wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz ohr. Ich glaube, es kommt von meiner Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Aber du sagtest, dass du sie nicht wirklich verstehst und auch nicht beherrschst. Stimmt. Und ich weiß noch nicht, was all das bedeutet. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Omnis wird sprachlos sein. Vielleicht. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Omnis. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Ich möchte fast die Luft anhalten. Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da! Also das habe ich beim letzten Mal schon gesehen, dass da was war. Aber da war noch nichts da. Ein Triptychon hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal. Äh. Ja, das sind die Dinger immer, wo wir drauf geschossen haben im verbotenen Wald. Was hilfreich ist in der Nachricht? Ein Runen-Symbol. Die Hüter benutzen ganz ähnliche Symbole. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter. Und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich habe keine Spuren bei deiner Schwester gesehen. Hm. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Skriptorium hatte? Hast du nicht. Klingt aber interessant. Irgendeine Ahnung, wo es sein könnte? Nein. Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Ich melde mich. Bis bald. Okay, also. Kann man hier auch wieder zurück? Nein. Also zum Glück haben die Kobolde das nicht sehen können. Sonst hätten sie in Hogwarts einbrechen können. Was habt ihr so? Du hast einen besseren Verteidigungs-Stat. Aber du hast den Angriff-Stat nicht, weil du es nicht abgewöhnt bist. Nö. Und du? Nö und nö. Dann. Haben wir hier was? Ich glaube... Äh, wir müssen nach Hogwarts nicht mehr, ne? Nö, müssen wir nicht mehr. Gut. Äh. Sie wollte noch was von uns. Die drei Besen. Dann machen wir im nächsten Part weiter. Ich werde wahrscheinlich jetzt gucken, was ich für Tierwesen noch sammeln kann. Zwischendurch mal so ein bisschen. Ähm. Und von Merlin so ein paar Prüfungen werde ich noch machen. Jetzt kommst du an, wo ich da gerade reingeguckt hab. Längst. Amen. Da.